Willkommen Freunde zu Kapitel 9 der Weg des Ares. Frau Tetzler steht dann mit uns. Use it to the top of the tower and stop Aubrey! There's no plan as any, I guess. Then you keep Aubrey in check while I use your sister's research to close the rift properly. But we don't have much time. Please hurry! Ich hoffe wir laufen jetzt richtig. Okay, da lag eben glaube ich meine Schwester, die wiederbelebt wurde oder? Oder irgendwer anders. Ich weiß es nicht. Er hat kurz gestoppt. Ich dachte sie läuft nicht mehr weiter. Ich guck schon gar nicht mehr nach rechts und links. Weder ist das Fahrstuhl oder eine Desinfektionskammer. Und wo ist denn der verbrückte Professor? Es klingt wie du brauchst mit den Äquationen da. Rose? Du bist noch alive? Hey! Du weißt, du bist viel schwerer zu töten als deine Schwester. Du bist noch nicht ein Tenth der Wissenschaftler, die Ada war. Oh, keine Angst, Rosie. Ich muss sie nicht sein, um sie zu retten, um den Spot sie von mir verbringten. All ich brauche ist ein bisschen mehr Zeit und ein wenig weniger Interruption von den Relativen der sterben Menschen. Ah, alles klar, hier gehts weiter. Ich muss gerade sagen, ich bin mal gespannt wie das ausgeht. Das würde ein Dings auch sein, ne? Ja. Ich hoffe ja, dass wir diesen Aubrey stoppen können. Der uns ja auch die ganze Zeit nur benutzt hat. Tesla Tower Elevator. Oh, gehen wir halt hier lang. Ich kann auch mal eine Tür umgehen, ist überhaupt kein Problem. Ein paar Spinnenweben. Nicht so toll, aber egal. Jetzt gleich sind wir draußen. Super. Und weiter gehts nach oben. Tesla Tower Elevator. Oh. Mann, geht der mir auf den Pinsel. Ich muss einen alternativen Weg finden. Hier ist eine Leiter, die nach unten führt. Die nehmen wir mal. Jetzt machen wir hier ein Sammlerdokument. Alles klar. So. Hinten ist eine Tür auf. Mann, ich bin hier auf. never. Da muss man wieder einen richtigen Flugweg finden. Nervig. Schön, dass es immer so eine Sequenz gibt, irgendwie wenn man anlascht wird, aber schön finde ich das nicht. Ja, das war's schon. Wenn er die Tür, wenn er die zu macht. Ich bin der Tag. Aubrey, er weiß was ich getan. Tesla weiß. Nice try. Ich bin der Rift und schloss die Helios. Nikola will nur wissen, was ich ihm erzähle. Du kannst dich nicht mehr wissen, wie ich ihn erzähle. Er ist auf der Weg, Aubrey. Er weiß. Oh, please. Ist das alles, was du hast, Rosie? Pathetisch. Ich werde dich von dir in der gleichen Weise, wie ich von Benni, wenn ich will. Du kannst, du hast du... So, jetzt sind wir hier in dem Raum drin. Ich dachte schon, der fährt gar nicht mehr los. Aber wenn er Aubrey gestoppt hat, hat es sich so angehört, als man ankam. Bam! Und hat den einen übergezogen. Wird auch top. So, Freunde. Wir haben auch Kapitel 9 abgeschlossen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin. Und dann sehen wir uns auf jeden today. Untertitelung des ZDF, 2020